Die deutsche Schauspielerin Karin Dohr ist tot. Das bestätigte dem Bayerischen Rundfunk die Komödie im Bayerischen Hof in München, wo Dohr oft auf der Bühne stand. Gestorben ist sie in einem Münchner Pflegeheim im Alter von 79 Jahren. Karin Dohr war vor allem bekannt aus deutschen Kinofilmen der 1960er Jahre. Sie spielte in mehreren Edgar-Wallace-Filmen, in der Kalmai-Verfilmung Der Schatz im Silbersee zusammen mit Lex Barker und Pierre Brice und ebenfalls neben Pierre Brice als Indianermädchen Ribana in Winnetou 2.